ARD Text im Auftrag von funk Was machst du hier und warum hast du mein Oberteil an? Ich wohne jetzt hier. Hat Marcel dir das noch nicht gesagt? Nee, hat er nicht, aber der war eh nicht so gut drauf die letzten Tage. Vielleicht liegt das daran, dass er nicht mehr so eine Zeit hat für Telefonate wegen Jailern, die er jetzt wieder hier ist. Ich erfahre von deiner Schwester, dass deine Ex-Freundin hier in der Stadt ist. Komm hier hin, ihr sitzt hier irgendwie. Wie ist das ganz falsch? Wie lächerlich ist die Nummer denn? Marcel hat mir echt einiges zu erklären. Joe hat mich so kräftig verletzt, ich kann nicht mehr. Peggy, er liebt dich. Glaub mir, da hat noch nie eine Frau so angeguckt, wie er dich anguckt, ehrlich. Schatz, ja! Ja, ich will! Schatzi! Ich wollte dich fragen. Ja! Willst du meine Frau werden? Was ich sagen sollte, war schon immer mein Traum seit so vielen Jahren. Ruf mich an! Amaretto! Hier ist der neue Schlagerkönig! Hier ist meine Nummer! Wenn der Schlagersänger nicht zum Texter kommt, dann muss der Texter eben zum Schlagersänger kommen. Hält dich wohl für den größten Stecher Berlins. Dabei bist du einfach nur armselig. Carlos schleppt hier eine Frau nach der anderen an und behandelt sie danach einfach für den letzten Dreck. Auf diesen wundervollen Rücken kommt größter Stecher Berlins. Was hättest du davon? Ich glaube, ich fährt hier meinen Spaß an. Nicht im Ernst! Verarscht ihr da drauf? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gimme denn etwas? Wir sehen uns beim nächsten Mal! Hoi, Ready! Vielen Dank.